Traherit höchst Geissau zum Bodensee und dann am Ufer entlang bis nach Bregenz und über Wohlfurt retour. Guten Morgen! Schöne Grüße an alle Rad-und-Wander-Kollegen und an alle, die es noch werden wollen. Heute geht's von Dornbirn weg. Wenn die Autos vorbei sind, hören wir uns besser. Über die grünen Wiesen zum Bodensee. Lasst euch überraschen. Wenn es gefällt, weiterschauen. Das sind immer wieder die restlichen Überreste vom Hochwasser zu sehen. 200 Liter pro Quadratmeter an einem Tag. Rekordwitterung. Wir starten von hier, fahren dann durch Lauteracherit höchst Geissau zum Bodensee. Und dann am Ufer entlang bis nach Bregenz und über Wohlfurt retour. Das wäre die heutige Tour. Das reimt sich so wunderbar. Der Hübschen. Viel Platz hat er nicht auch. Biogas-Pionier. Wie man sieht, war das alles überschwemmt. Aber inzwischen wieder gut befahrbar. Da sind wir jetzt auf der berühmt-berüchtigten Senderstraße. Wo sich immer wieder die LKWs verlieren. Weil das GPS sagt, da kann man wunderbar fahren. Und dann geht es ab links und rechts in den Graben. Bis zum nächsten Mal. 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 Ein interessanter Überbleibsel mitten im Ried. Das ist halt eine urige Technik. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, in der See rundherum, Tafeln privat, 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 betreten, verboten, aber mit der Jausenstation, da darf man hinein und dann ein bisschen jausnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles wird gepflegt, die Straßen im Schuss gehalten und dann gibt es so Wahnsinnige, wo alles links und rechts zum Autofenster hinausschmeißen. Logisch. Ja, auch hier waren die ganzen Wiesen überflutet, aber wie man sieht, den Störtern ist es so ziemlich wurscht. Denen Pfalz. Musik 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 Auf jeden Fall unbestritten Vogel- und Entenparadies. Musik Den Möbeln und Enten gefällt es da besser wie am See. Musik Und stören lassen sich die schon gar nicht. Musik Musik Auch da war es schon ziemlich grenzwertig hoch. Musik Noch mal Glück gehabt. Musik Einmal die meisten. Musik Und dann gibt es eine neue Brücke. Aufzusehen. Musik 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 Irgendwann wird es fertig. Musik Wir haben noch ein paar rechte Radler. Musik Musik Fuss auch. Musik 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 Super tolle Radwege. Sehr zum Film. Höchst in Sicht. Musik 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 Wir sind wieder am richtigen Pfad Rheinauen Richtung Baudensee. Musik Musik Rössle und Radler. Musik 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 Von dem Abschnitt gibt es schon ein Filmchen auf Youtube. Das darf man gerne anschauen. Rösle Paradies. Musik Musik Machen Musik Wär schön, aber echt noch zu früh. Der Erlebnisweg am Alten Rhein. Der Erlebnisweg laut Landkarte wurde da wunderbar sicherheitshalber abgezeint. Der Führer und Esel, Freude daran, dahinter wird das Brückle zum Wandern, jetzt schauen wir mal. Leider nein, kein Erlebnisweg zum Erwischen. Ja, wie man sieht, der schwarze Strichwälder Erlebnisweg aber leider abgezeint. Alternative nicht möglich. Geissau im Blick. Und die Hügelchen gehören schon in die Schweiz. Was gibt's Schöneres? Wir radeln im Schatten. Da sind wir in Geissau-Grenze Österreich-Schweiz. Da gibt's dann die schöne Brücke, die schauen wir uns noch schnell an. Richtung Rorschach Bodenseeradweg. Alten Rhein, Grenze Österreich-Schweiz. Da holen wir heute aber nicht hin in die Richtung, deshalb wieder umgekehrt. Jetzt schauen wir mal das Bäckerli an, das ist fleißig am Werken. Im Übrigen keine Werbung, sicher ist sicher. Auf jeden Fall der Aufstieg auf die Brücke, der ist nicht radlertauglich. Brauchen wir, brauchen wir nicht. Ja, der ist schön tief auf Weg. Keine Angst vor Drohnen. Aber da ist auch der Flugplatz Altenrhein in der Nähe. Deshalb darf er. Ja, Bodensee erreicht. Wie man sieht, der Zeppelin ist auch schon fleißig. Und da sind wir nicht direkt auf dem Bodenseeradweg. Da ist ruhig. Und rundherum Mais in Arbeit. Aber auch ein paar Äpfel, wie man sieht. Das ist schön. Musik Musik Doppelspurige Fahrradautobahn, die Rechte wäre schöner, aber mit weniger Aussicht. Jetzt kommen wir wieder in die belebteren Gegenden, wo der Sport natürlich gross angesagt ist. Part Bregenz, momentan noch in Fusa. Auto fährt, ich soll schauen. Knuddelig. Weiter geht's. Kunst im Hafen. Musik Das wird aus alten Schiffen wieder Neues. Wie die Österreich oder die Hohentwil. Dampfschiffe. Musik 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 Nein, ich bin nicht mehr wüscht. Und zurück. 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 zurück.